Aufräumen Naja, auch gut. Das hier klappt so weit, auch wenn es immer noch etwas komisch aussieht. Die Treppen sind doch weg. Komm, du mal kurz her. Hallo. Na, dann machen wir halt so. Man merkt, es wird schon wieder mehr Stein verbraucht, als gefördert wird gerade. Was aber okay ist, sobald wir an der schmalen Seite sind, nämlich wieder ein mehr zu den Bergarbeitern. Sobald die Treppen sind, nämlich wieder ein mehr zu den Bergarbeitern. Ich glaube, die Steine, die spawnen bald. So. Gut. Der haut sich da jetzt durch und macht das alles weg. Sieht ihm fast so aus, als ob er das vorhat. Nicht das da unten, dass das alles weg macht. Der zieht hier wirklich jetzt gerade ein Grab durch. Auch lustig. Also einfach einmal wüppsch, nur den starksten Graben durchgezogen. Und ja, wir haben wieder dunkelste Nacht. Gut. 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 Gut, gut. Das war's. 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 Das war's.